Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin to go Talk. Ihr seht es hier oben, also wieder Talk Time. Ein Interview heute mit Professor Philipp Sandner von der Frankfurt School. Wir beide sprechen über den Bitcoin ETF. Ist das Ganze gut oder schlecht für die Kryptoszene? Was macht eigentlich die SEC? Hat Europa wirklich die Nase vorn gegenüber USA und das Thema Regulierung allgemein? Ist das gut oder schlecht? Welche Türen öffnet und schließt das Ganze? Alle Chancen und Risiken abgewegt, dann noch ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Es lohnt sich also auf jeden Fall dran zu bleiben. Wenn es euch gefällt, gerne liken. Jetzt aber erstmal zurücklehnen, anschnallen und viel Spaß beim Video. So Leute, wir sind zurück. Das heißt, der liebe Philipp und ich. Und wir wollen über Regulierung sprechen, beziehungsweise eigentlich mal so ein bisschen das ganze Drama einordnen, was die SEC vor ein paar Wochen losgelöst hat. Auf der Gegenseite haben wir ja mit Mika hier relativ klare Richtlinien in Europa. Wir wollen das Ganze für euch mal ein bisschen einordnen und starten einfach direkt mal rein mit dem SEC-Thema. Ich hatte gerade schon mal im Vorgespräch kurz mit dir gesprochen. Coinbase verklagt, Binance verklagt. Ich meine, Binance an sich erstmal keine Überraschung. Coinbase dann doch eher. Ich meine, die sind an der Börse gelistet. Das hat die SEC noch freigegeben vor zwei Jahren. Heute dann doch der illegale Wettpapierhandel. Man merkt, in den USA herrscht eine große Unsicherheit darüber, wie der Rechtsstatus eigentlich ist. Was ist eine Kryptowährung? Es gibt kein Framework, wie wir das eben hier in Europa haben. Gehen wir gleich nochmal darauf ein. Und auf der anderen Seite, um den Bogen dann nochmal ein bisschen weiter zu spannen, haben wir jetzt BlackRock erlebt mit dem Bitcoin-ETF-Antrag. Viele Institutionelle, die draufgesprungen sind, Fidelity und noch ein paar andere Konsorten. Wie kann man das sich zusammenreiben? Wie siehst du die ganze aktuelle Lage in dem Bezug? Ja, also das ist wirklich schwierig. Und du hast ja schon die ganzen Stichworte genannt. Es ist wirklich fast unmöglich, da eine Strategie zu erkennen oder irgendwo ein sinnvolles Marktsentiment oder ein Trend. Also was ich mir vorstellen könnte, ist Folgendes, dass letztendlich die Großen, also zum Beispiel BlackRock und auch Fidelity und so weiter, schon eigentlich seit einer Weile ein gewisses Interesse an dem Thema haben. Das Interesse heißt dann eben primär Ethereum und Bitcoin. Und eben jetzt so langsam immer wieder versucht haben zu starten, auch jetzt so langsam wieder gestartet haben, eben jetzt durch die ETF-Anmeldung, die jetzt eben gelaufen ist. Und man hat eben einfach eine Weile gebraucht, bei diesen etablierten Firmen in den Markt reinzukommen, das Thema zu verstehen, auch das Management aufzuschlauen und, und, und. Und jetzt so langsam merkt man, dass das Etablierte, die etablierten Unternehmen sich eben dem Thema so langsam zuwenden. Und das ist so der eine Trend. Der zweite Trend ist Folgendes, dass man eben gesehen hat, dass eben ohne Regulierung es nicht funktioniert, siehe FTX, siehe Celsius, siehe was anderes. Also der Klarheit wegen, also natürlich ist Bitcoin als solches ein Objekt, was nicht reguliert ist, gell? Das ist auch keine zentrale Einheit, keine Association, keine Foundation, gar nichts, sondern es ist einfach ein Ding, was da ist, einfach eine Technologie, was da ist. Und dieses Ding, diese Technologie wurde ja auch nicht groß verändert durch die Kryptokatastrophen des letzten Jahres. Das heißt, da hat sich technisch gesehen beim Bitcoin und bei Ethereum wenig verändert. Aber die Interfaces waren eben bisher teilweise unreguliert. Hier diverse Börsen, Binance, Celsius, dann hatten wir andere Projekte wie Terraluna, FTX und so weiter. Also überall sieht man da Probleme entstehen. Und warum ist das so? Das ist mangelnde Regulatorik. Wir haben ja in Deutschland die Börse Stuttgart, wir haben Bitpanda, auch Coinbase Germany und andere. Der Bankhaus Scheich gibt es noch und andere. Also da gibt es keine Unregelmäßigkeiten, da gibt es keine Skandale, da kommt auch nichts weg. Das sind die Erfolge der Regulatorik. Aber im Vorhinein gab es halt letztes Jahr zig Firmen, zig Ansätze, die eben regulatorisch schwach oder regulatorisch gar nicht relevant waren, aus dem Ausland heraus betrieben worden sind und so weiter und so fort. Und was man jetzt, warum sage ich das? Weil dieser zweite Trend abschwächt und dieser Trend 1, wo quasi etablierte Player reinkommen, der nimmt zu. Also man kann es vielleicht in Kürze so sagen, es ist wie so eine, es wirkt für mich so wie so eine Art Staffelstabübergabe. Also bis jetzt wurde der Kryptobereich eben vorangetrieben von den wackeligen Geschäften, relativ laut irgendwo aus den Bermudas und so weiter. Jetzt kommen langsam die seriösen, regulierten Firmen und jetzt wird eben der Staffelstab übergeben von den schwach oder gar nicht regulierten Firmen an die regulierten, die jetzt plötzlich da sind. Und Mirko, die gegenüber dem Kunde auch ein besseres Versprechen abliefern können, nämlich bei uns läuft das alles sauber, bei uns kommt nichts weg. Wir haben keine Hackerangriffe und gar nichts. Und bei uns machen wir das eh schon seit Jahrzehnten im Finanzsektor. Und dementsprechend dürfte das funktionieren. Also quasi der Markt schwingt sich jetzt ein auf ein höheres Level, aber eben inklusive Regulatorik, weil es eben ohne Regulatorik nicht geklappt hat. Der Bitcoiner sagt jetzt natürlich, ja, aber brauchen wir alles gar nicht, Regulatorik brauchen wir nicht und so weiter und so fort. Und der Bitcoiner hat damit ja auch recht. Warum? Weil er es inhaltlich verstanden hat. Das heißt, er als Individuum kann natürlich die Bitcoins aus der Börse rauslesen, rausladen, in Anführungszeichen runterladen, also withdrawl, und das auf einen USB-Stick speichern. Das kann er, weil er einfach die Fähigkeit dazu erworben hat, weil er es technisch gesehen versteht. Aber derjenige, der sich nicht so als Bitcoiner einschätzen würde, also deine Tante, andere Verwandtschaft, Leute in der Nachbarschaft, die sich vielleicht dafür interessieren, aber nicht so sehr technisch versiert sind, die sollten meines Erachtens eher bei einer regulierten Firma landen, nicht bei einer unregulierten. Und gleichzeitig ist dort eben das Wissen noch nicht entstanden, die Tokens eben rauszuladen auf einen USB-Stick. Ja, was will ich damit sagen? Der bezüglich Bitcoin ändert sich überhaupt gar nichts. Der ist weiterhin selbst verwahrbar für die Leute, die das eben wollen. Aber für die Massen der Kunden da draußen, die da sich möglicherweise für das Thema interessieren, die sehen sich eben jetzt zunehmend regulierten Playern gegenüber. Und das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr, sehr gute Nachricht. Und all das kann man aus meiner Sicht im Brennglas momentan in Amerika erkennen, wo die wackeligen, teilweise unregulierten Player angeschossen werden, per Klage und anders wie. Und eben jetzt beginnt die traditionelle Finanzindustrie mit ihrer Hochregulatorik, aber auch mit ihren Prozessen zu übernehmen. Macht das Sinn, Mirko, als Analyse? Das ist eine gute, ja, das macht total Sinn. Du hast super viele Punkte eigentlich auch schon vorweggenommen, auf die ich vielleicht gleich nochmal ein bisschen tiefer eingehen will. Ich hatte gerade schon mal eingeblendet, wie wichtig ist Regulierung eigentlich für Krypto? Also ich bin da grundsätzlich bei dir. Ich kenne auch die Zuschauer da draußen. Ich kenne auch die Probleme, gerade dann, als es mit FTX passiert ist oder jetzt Ledger irgendwie eine Änderung oder sowas. Es gibt sehr viele noch ungeschulte Leute da draußen. Wenn ihr grundsätzlich wissen wollt, wie man eine Hardware-Wollet benutzt, ich habe ein Video dafür, guckt einfach mal bei mir in den Kanal rein. Es ist schon krass zu sehen, dass eben doch der Großteil, und ich hatte ja auch mit dem Bisons-CEO gesprochen, eben immer noch das Geld auch auf den Börsen hat. Und da bin ich voll bei dir zu sagen, da ist Regulierung total wichtig. Wo ich es schwierig finde, ist tatsächlich auch genau diese Einordnung, diese Asset-Klasse oder diese Assets selbst. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Bitcoin nicht zentralisiert. Es ist einfach da, man benutzt es. Das ist, glaube ich, genau der richtige Ansatz. Viele andere Krypto, ja, ich sage mal in Anführungsstrichen schon Unternehmen, haben ein bisschen anderen Aufbau. Und ich finde es sehr, sehr schwierig, weil man kriegt die News jetzt mit, gerade in Europa. Ich habe immer wieder auch besänftigt. Die SEC ist am Ende des Tages auch nur verantwortlich für den amerikanischen Raum und für den amerikanischen Bürger. Wie kannst du es denn erklären, dass hier sowas dann zustande kommt? Coinbase geht an die Börse, ist eng in Kontakt mit den Regulatoren und kriegt im anderen Atemzug dann eben eine Klage, weil dann Assets wie Solana, Matic oder was weiß ich eben da gelistet sind. Wie siehst du da so die Tendenz? Geht es dahin wirklich, dass man sich von Altcoins als unregulierte Wertpapiere wirklich verabschiedet? Oder ich meine, wie ist das Ende der Geschichte? Es ist wirklich komplex. Also das Verhalten von der SEC kann man hier in der Tat aus meiner Sicht nicht sinnvoll erklären. Ja, das ist schon ein bisschen so ein Zickzack-Kurs. Und wie geht es weiter? Was ist das Ende der Geschichte? Was mir hier ganz wichtig ist zu betonen, wenn eben bestimmte Tokens unregistered Securities waren oder sind auf bestimmten Börsen und sie deswegen in eine Wertpapierbörse eingeklinkt werden müssten, dann heißt es ja noch lange nicht, dass die Tokens untergehen. Sondern der Preis stürzt eben kurzerhand mal ab, weil die Liquidität rausgeht und weil halt diese Tokens dann mit ein bisschen mehr Regulatorik anderswo eingelistet werden müssten bei Börsen, die es vielleicht auch teilweise noch gar nicht gibt. Aber das heißt, und dann ja, der Preis, der stürzt dann ab und die Liquidität geht runter und so weiter und so fort. Aber das heißt ja nicht, dass solche Tokens dann wirklich gänzlich verschwinden würden. Also da ist die Kryptobranche manchmal fast hysterisch und schätzt es ehrlich gesagt falsch ein, weil Unregistered Securities eben nicht das Verbot sind von irgendwelchen Tokens, sondern man wünscht sich eben dann, dass die Tokens anderswo gelistet werden. Ich glaube ja, also genau vorneweg noch, Securities und Nicht-Securities ist halt kein klipp und klares Kontinuum. Ja, es gibt die beiden Buckets, aber es gibt eben auch ein paar verschiedene Graustufen dazwischen. Bitcoin ist auf diesem Kontinuum wahrscheinlich ganz links, also quasi so dezentral, wie es eben irgendwie geht. Auch nicht perfekt dezentral, aber eben sehr dezentral. Dann ist wahrscheinlich Ethereum irgendwo in der Mitte. Und auf dem anderen Ende des Kontinuums sind eben Tokens, die klipp und klar von einem bekannten und benannten Unternehmen ausgeschüttet wurden, mit dem Ziel, nicht mal nur einfach ein dezentrales Netzwerk zu schaffen, sondern auch Profitrechte zu vergeben. Ja, also quasi fast schon aktienähnlich. Und irgendwo da macht jetzt eben der Gesetzgeber die Grenze rein in Amerika und sagt, also das eine bitte rechts, das andere bitte links. Und alles, was falsch einsortiert worden ist, bitte aus der falschen Börse runternehmen und in die richtige einsortieren. Ja, gut, kostenbar Anpassungsprozesse und manche Tokens werden vielleicht nie wieder gelistet, aber wir wollen das eben so. Das ist ja Amerika. Europa tickt ja hier ganz anders, gell. Europa hat eben die Mika-Regulierung erzeugt, die für Kryptoassets ein ganz spezifisches Regime entwickelt hat, um letztendlich in diese, um die Frage Wertpapier ja oder nein gar nicht beantworten zu müssen, sondern eben eine neue adäquate Kategorie zu bauen, spezifisch für Kryptoassets. Und nicht mehr nur für Kryptoassets wie Bitcoin, sondern eben auch für Utility-Tokens und Stablecoins und so weiter. Also die Mika-Regulierung in der EU ist da wirklich ein relativ beeindruckendes Werk geworden. Das ist aber vor allem deswegen beeindruckend, weil es in anderen Ländern sowas nicht gibt. Also wenn Amerika eine tolle Regulierung gebaut hätte, dann würde man die Mika unter kritischer Raumlicht sehen, weil es da natürlich auch Probleme gibt. Aber gegeben, dass in anderen Staaten sowas nicht passiert, also komparativ, ist die Mika plötzlich gut anzusehen. Und das Interessante ist halt, dass die Mika komplett neue Asset-Klassen erzeugt und zulässt, Utility-Tokens und ähnliches. Und eben damit der direkten Frage Wertpapier ja, nein, ausweicht und etwas Neues entgegengestellt. Und das hat man eigentlich so selten gesehen, dass so große Wirtschaftsblöcke wie USA, Europa und andere plötzlich so auseinanderlaufen. Oftmals waren eigentlich die Dinge halbwegs abgestimmt und so ein bisschen im Gleichklang. Kann man jetzt hier plötzlich gar nicht mehr erkennen. Und wie geht die Geschichte aus? Also vielleicht nochmal, wenn ich noch eine Ausführung machen darf, Mirko. Klar. Ich sehe es ja so, und es ist eine Hypothese, vielleicht wird es aber auch anders. Ich sehe es so, dass quasi aus der dezentralen Ecke ganz viele Innovationen kommen. Tausende von Tokens und Smart Contracts und dann hier eine Tokens-Issuance und ein AirDrop und ein NFT und alles Mögliche probieren die Leute aus. Manchmal mit guten Absichten, manchmal auch mit betrügerischen Absätzen, teilweise zwar mit guten Absichten, aber mit der Unfähigkeit, die Projekte aufzubauen. Also schlechte Unternehmer gibt es natürlich auch. Und das kommt alles irgendwo aus diesem dezentralen Ökosystem raus. Und die Regulierung, also quasi die Unternehmen, die reguliert sind, eine Bank, eine Finanzdienstleister und so weiter, die schauen sich dieses ganze Durcheinander an und picken sich ab und zu eine Innovation raus. Aber ganz, ganz, ganz selten. Und das, was der regulierte Bereich sich jetzt gerade rauspickt, ist zum Beispiel der Bitcoin und Ethereum. Dieses Rauspicken findet seit ein, zwei Jahren statt und führt dazu, dass jetzt solche Tokenbörsen in Europa dann irgendwann nochmal in den Markt gehen oder halt auch zum Beispiel Kreissparkassen oder Volksbanken in den Bereich einsteigen dürften, vielleicht in einem halben Jahr. Also ab und zu wird eine einzelne Innovation aus diesen Tausenden von Tokens rausgepickt. Was kommt als nächstes? Was gefragt? Wo ist das Ende? Ich könnte mir vorstellen, dass die Stablecoins rausgepickt werden ab nächstem Jahr und dann fangen die an zu wachsen und würden übermorgen dann über diese regulierten Firmen rausgeblasen werden an die Kunden. Was passiert danach? Vielleicht CO2-Tokens, ja. Aber trotzdem, der dezentrale Bereich ist irre innovativ mit einer wahnsinnig hohen Ausschussrate, unglaublich dynamisch und ab und zu kommt was Tolles dabei raus und das wird dann überführt in die regulierte Welt. Und was heißt Regulierung in dem Fall? Das ist die Fähigkeit zur Skalierung, weil man mit der Mika-Lizenz eben die Möglichkeit hat, 400 Millionen Europäer mit diesem Token zu adressieren. Aber dann darf halt auch nichts schiefgehen, das möchte der Staat so. Ansonsten werden 400 Millionen Bürger eben betrogen, weil irgendwelche Schrott-Tokens angeboten werden. Das ist ja das Ansinnen. Und deswegen ist aus meiner Sicht die dezentrale Welt und die regulierte Welt auch nicht unbedingt im Widerspruch miteinander, was viele Leute sagen, sondern das ist eigentlich eher so eine Art Innovations-Pipeline. So in dem Fuzzy-Longtail kommen aus der dezentralen Welt viele, viele, viele Innovationen. Manche brauchen eine Weile, bis sie wachsen, andere gehen auch wieder unter. Und dann kommt quasi im Sinne von einer Pipeline ab und zu die Bank oder der Finanzdienstleister und der pickt sich ab und zu mal eins raus und fängt es an wirklich zu skalieren und richtig groß zu machen. Und da stehen wir kurz davor. Und so passen diese chaotische, dezentrale, aber sehr, sehr, sehr innovative Welt, die ich sehr schätze, auch zusammen mit der Skalierungsfähigkeit der regulierten Welt. Macht das auch Sinn oder macht das Sinn? Das macht total Sinn. Ich finde es immer gut, wenn ich mich mit dir unterhalte, brauche ich gar nicht viele Fragen stellen. Du beantwortest immer direkt alles in einem Atem. Ja, Entschuldigung, also dann halte ich mich mal zurück. Nee, nee, ist gar kein Problem. Also ist ja richtig. Ich picke mir dann auch mal nochmal die Bausteine raus, um das Puzzle für euch da draußen ein bisschen zusammenzusetzen. Du hast so viele Punkte genannt, die ich auch immer wieder in meinen Videos sage. Für mich ist auch Regulierung kein Gegner, sondern einfach der nächste Evolutionsschritt. Es gibt ja dann auch immer, wir gehen gleich nochmal kurz auf den Bitcoin-ETF ein, ohne jetzt zu tief zu graben. Da mache ich auch nochmal ein extra Video zu. Es gibt immer wieder Unkenrufe. Ja, das ist so der Versuch von der gestandenen Welt, beziehungsweise von der jetzt zentralisierten Welt, eben Bitcoin und Krypto klein zu machen, mit einem ETF irgendwie die Kontrolle zu erlangen. Aber wie du es eigentlich schon richtig gesagt hast, man schafft durch die Regulierung, gerade auf der Seite derjenigen, die Innovation schaffen, eben die Möglichkeit, ja mit Sicherheit und Klarheit und Sicherheit und Klarheit ist super wichtig, auch für Innovationen und auch für Investitionen allgemein. Und ich glaube, wir wollen alle letztendlich auch, dass die Kurse bei Kryptoassets auch steigen und dazu gehört eben auch Geld, in die sich etwas von investieren kann. Das alles schafft die Regulierung. Klar, auch mit, sage ich mal, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich bin aber auch der Meinung, dass gerade dann eben die wirklich guten Innovationen sich letztendlich auch durchsetzen, weil sie sich dieser Herausforderung auch stellen, diese 400 Millionen Leute oder noch mehr, dann eben auch adressieren zu können und eben diese Richtlinien erfüllen zu können und eben entsprechend auch die Sicherheit dann für die Endnutzer. Also ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Ich bin selber immer wieder baff, tatsächlich ähnlich wie du, dass die USA und Europa da so weit auseinander driften, gerade weil wir in den USA ja so diesen digitalen Brennpunkt haben. Ich meine, guck dir den Aktienmarkt aktuell an. Der S&P besteht eigentlich nur aus AI-Fantasie und eben den großen Unternehmen, die alle in den USA an der Westküste sitzen und da kriegt es keiner irgendwie auf die Kette zu sagen, ja, was wird denn jetzt mit Krypto? Also ist schon echt merkwürdig und deswegen fand ich gerade, um da jetzt nochmal den Bogen nochmal zurück zum ETF zu spannen, sehr spannend, dass halt BlackRock und dann eben andere große Institutionelle jetzt hier nochmal so ein Zeichen gesetzt haben. Eigentlich hast du es schon beantwortet, aber vielleicht kannst du nochmal präzise auf diesen Fall zusammenfassen. Der Bitcoin-ETF, ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes für Krypto? Was würdest du sagen? Also ich glaube, wenn wir alle die Adoption dieser Technologie wollen und dann wird das quasi über einen ETF auch gehen müssen hier und da und zwar deswegen, weil bestimmte Leute da draußen eben nicht in den Bitcoin direkt investieren können oder wollen, sondern eben indirekt über den Bitcoin-ETF gehen müssen. Wer ist das? Das sind meistens zum Beispiel Family Offices, Vermögensverwalter, institutionelle Investoren und ähnliches, die ganz große Probleme haben, den Bitcoin direkt zu kaufen, weil der nämlich nicht in die Systeme da reinpasst, aus verschiedenen Gründen. Das heißt, der muss eingebucht werden über so eine traditionelle Wertpapierstruktur, also quasi eine Art Wertpapierhülle, wo dann der Bitcoin innen drin ist, damit der bei institutionellen Playern eben ins Portfolio passt. Das sind die Reporting-Vorschriften und, 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 und. Das heißt, wir haben uns ja immer gewünscht, dass die sogenannten Institutionen kommen. Das hört man immer wieder, liest man immer wieder. Wenn das geschehen soll, dann muss das über den Bitcoin-ETF gehen, weil eben alle anderen Varianten für die Institutionen, also ich mag ja das Wort gar nicht, besser ist für die institutionellen Investoren, also für die inkorporierten Investoren, gar nicht anders machbar ist, als quasi den Bitcoin verpackt als ETF zu kaufen. Warum ist das so? Weil, wie gesagt, da IT-Systeme da sind, die eben Aktien verwalten, die Portfolios berechnen und ähnliches und dann muss quasi der Bitcoin in die richtige Hülle rein, damit er dort ins Portfolio wandern kann. Das gleiche gilt auch für Ethereum. Es ist nicht möglich oder nur ganz schwerlich möglich, einen Vermögensverwalter onzuboarden bei einer Kryptobörse und wenn ja, Mirko, also Entschuldigung, bei welcher denn, von diesen ganzen Wackelchen da draußen, wo soll der sich denn onboarden, weißt du, das ist alles shady, ja. Das schaffen die nicht, das wollen die nicht und die Stakeholder in solchen institutionellen Investoren wollen das eben auch nicht und der geht halt nicht und der Onboarding-Prozess ist es einfach unmöglich bis unzumutbar und dementsprechend, wenn dann eben trotzdem der Bitcoin in das Portfolio rein soll oder eben ein anderer Token, dann muss das indirekt gehen über eine Wertpapierhülle, wo ich den Bitcoin in den reingelegt habe. So macht das aus meiner Sicht Sinn und vor dem Hintergrund ist es, hätte ich es nicht gedacht, aber es ist zu begrüßen, dass BlackRock und andere da anfangen. Vielleicht muss man noch dazu sagen, dass wir hier in Europa, anders als in Amerika, schon heute eine ganze Industrie haben zum Thema Bitcoin-ETF, gell. Wir haben einen ganzen Satz von Firmen, die hier in Schweiz oder auch in Deutschland den Bitcoin-ETF schon anzubieten haben, das heißt, Europa ist da ein paar Jahre weiter diese ganze Branche geworden, wo der Bitcoin, Ethereum oder Mischstrategien, gell, 50% Bitcoin, 15% Ethereum angeboten werden in solchen ETF-Strukturen und ähnliches. Da ist vielen Leuten gar nicht bewusst, dass quasi Amerika da zwar hinterher ist, einverstanden, aber anderswo auf der Erde, also hierzulande, das schon längst gang und gäbe ist und zwar schon seit Jahren. Und trotzdem kaufen die Amerikaner eben nur amerikanisches Zeugs. Ich meine, wie kannst du das erklären, dass es trotzdem so wichtig ist? Ich meine, ETF ist international handelbar. Warum ist es so wichtig? Ich glaube, vielleicht ist es auch nochmal gut für die Leute da draußen zu verstehen, dass es in den USA eben auch einen ETF gibt, der dann eben von den großen Vermögensverwaltern wie BlackRock etc. angeboten wird. Ja, und das liegt halt daran, dass quasi die amerikanischen Vermögensverwalter also schon nochmal eine Nummer größer sind als alles andere, was man hier aus Europa so kennt. Und dementsprechend natürlich man dort konservativer agiert. Das muss alles viel belastbarer sein. Gerade deswegen ist es ja auch so unangenehm, dass dort die Regulatorik ein bisschen zickzack unterwegs ist. Aber auf der anderen Seite, Mirko, ich denke mir halt immer, klar, man hätte sich das alles ein bisschen reibungsloser wünschen können. Man hätte es sich auch schneller wünschen können. Aber die Gegenmeinung dazu wäre, und die ist ehrlich gesagt auch solide, Adoption dauert halt einfach, gell? Das iPhone kam in der Version 1 zu uns im Jahr 2004. Jetzt sind wir in der Version Nummer 13, glaube ich. Zwischendurch gab es das iPhone 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und so weiter. Es hat Jahre gebraucht, bis das iPhone in dem Zustand ist, dass es wirklich von Millionen von Menschen, jung und alt, gleichermaßen verwendet werden kann. Auch das ging nicht über Nacht, sondern hier 2004 bis heute, 2023, das sind 19 Jahre iPhone. Und jetzt hat es jeder in seiner Hosentasche. Und es gab mal das iPhone 1, damals 2004, ich war damals 24 Jahre alt und ich bin begeisterter iPhone-Nutzer jetzt. Aber damals mit dem iPhone 1, also ich konnte nichts damit anfangen. Mir war das nicht klar, warum man das braucht. Es gab ja auch damals so gut wie keinen Datenfunk und es gab auch keinen App. Es gab noch nicht mal einen App Store damals, gell? Es gab nur ein paar vorinstallierte Apps. Und trotzdem gab es die ersten Käufer damals. Und deswegen Technologieadoption dauert halt. Es geht nicht von heute auf morgen. Ja, ich glaube, da ist auch ganz viel Bildung wichtig. Auch dieses Gefühl, ich spreche sehr viel auf meinem Kanal auch darüber, wie wichtig eigentlich diese ganze Innovation ist, vor allem in Bezug auf die Digitalisierung. Wir schaffen es, digitale Einheiten begrenzt zu machen, wertig zu machen. Das war vorher gar nicht möglich und denkbar. Und da denkt sich jeder, der sein Handy eben in der Hand hat, ja, was juckt mich das? Ein Bild ist ein Bild. So, das kann ich mir angucken. Aber ich glaube wirklich, bis das verstanden ist, ist auch noch ein weiter Weg, weswegen es eben insgesamt in all der ganzen Kryptobranche eben noch sehr, sehr weit braucht. Und dass der Bitcoin eben der Vorreiter ist, ist, glaube ich, relativ klar. Aufgrund der starken Dezentralisierung, aufgrund der Stärke des Assets, der Wahrnehmung. Und ich glaube, das ist für mich auch wirklich so ein Türöffner letztendlich, dass da wirklich nochmal solideres Geld reinkommt. Weniger wackeliges Geld und eben wirklich langfristige Orientierung und nicht dieses Pump und Dump, auf und ab. Ich meine, das wird es sowieso immer geben. Es wird weiter Meme-Coins geben. Die kannst du nicht verhindern. Die macht einfach jemand und dann geht man ins Casino und spielt. Das ist, glaube ich, nicht das Ende der Fahnenstange. Deswegen sehe ich da sehr, sehr große Chancen. Ja, da hast du schon sehr viel schön zusammengefasst. Deswegen will ich sagen, bevor du nochmal einen kleinen Ausblick gibst. Risiken und Chancen von Regulierung, vielleicht nochmal ein paar Sätzchen zusammengefasst. Eigentlich haben wir es ja schon vieles gesagt. Also ich bin auf der Chancenseite, sehe auch die Risiken. Man darf auch nicht vergessen, Regulierung hat auch seinen Preis. Dass man dann natürlich zum Beispiel Geldtransfers auf einer Bitcoin-Blockchain sehr viel transparenter darstellen kann. Der eine findet es gut, nämlich der Regulierer, der kann die Geldströme ganz klar sehen, hat den Vorteil der Blockchain erkannt. Auf der anderen Seite, derjenige, der echtes digitales Bargeld will, fühlt sich vielleicht hier in seiner Freiheit ein bisschen eingegrenzt. Da gibt es noch viele, viele weitere Punkte, über die man diskutieren könnte. Aber Risiken und Chancen, wie würdest du sie abwägen und vielleicht auch ein bisschen die Kehrseite der Medaille? Ja, also ich finde Regulierung wichtig. Und man muss letztendlich das so sehen, dass nur die Regulierung es ermöglicht, dass eine Technologie, also gerade im Finanzwesen, skaliert. Es gibt keine Skalierung ohne Regulatorik. Und jetzt kommt der Grund. Ich saß letztens zum Beispiel zufällig abends in einer Kneipe neben mir, jemanden, den ich dann kennengelernt habe, der war Oberarzt in einem Klinikum in München, ja, und über Bitcoin gesprochen und so weiter, fand er super spannend. Und er hat halt gesagt, er hat eine 70-Stunden-Woche ohne Familie. Er wüsste jetzt nicht, wann er sich in Bitcoin einarbeiten sollte, ob man es ihm mehr empfehlen kann oder nicht. Und da habe ich halt gesagt, ja gut, Börse Stuttgart, Bison, Coinbase gibt es ja alles. Aber klar, Self-Castity gibt es auch. Aber das sind Leute, die finden das alles spannend, aber die haben schlicht und ergreifend keine Zeit, sich in die Technologie reinzufuchsen. So, und wenn aber so jemand, jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, okay, dann musst deine Prioritäten ändern. Bitte informier dich und kauf dann. Aber das heißt dann, dann muss er 20 Stunden weniger Arzt sein, weil es einfach nicht anders geht, ja. Und wenn jetzt so jemand Bitcoin kaufen möchte, welche Möglichkeiten hat er, dann muss er jemandem vertrauen können. Und wem vertraut er dann? Einem regulatorisch sauberen Provider wie der Börse Stuttgart oder Bitpanda oder Coinbase, weil dort letztendlich halt der Staat seinen Stempel drauf gemacht hat. Das heißt, wenn du willst oder wenn man will, dass solche Leute, also wirklich die Masse da draußen sich mit Bitcoin beschäftigt, dann geht es aus meiner Sicht nur über die Regulatorik, weil die Regulatorik eben Vertrauen erzeugt. Der Bitcoiner oder der Token-Experte sagt, ich brauche das nicht, ich vertraue dem Code, ich kann mir das anschauen, das ist alles Open Source, ist ja auch in Ordnung, aber diese Person hat im Vorfeld Wochen, Tage, vielleicht auch Monate investiert, um die Fähigkeit zu entwickeln, einer Codebase überhaupt vertrauen zu können, wie es eben andere Leute entweder intellektuell nicht schaffen können oder aus Zeitgründen oder auch einfach keine Lust darauf haben, aber den Bitcoin und andere Tokens trotzdem spannend finden. Deswegen braucht man aus meiner Sicht Regulatorik. Und wichtig ist ja folgendes, Regulatorik zwingt ja den Krypto-Experten nicht dazu, seine Tokens unbedingt auf einer Börse zu belassen, sondern die Börse ist ein Angebot und Self-Custody ist ein Angebot. Wenn jemand eben will, kann er ja trotzdem die Tokens aus der Börse rauslösen und die auf einem USB-Stick selbst verwahren. Es ist ja ein Angebot, ja. Und für den Techie ist das ein gutes Angebot, aber für den vorher erwähnten Arzt ist das nichts, ja. Und deswegen muss ich noch einen Satz dazu sagen, Mirko, ich halte auch nichts davon nach Rufen, dass zum Beispiel Self-Custody und Dexis und so weiter noch viel einfacher gemacht werden und dass die Nutzerfreundlichkeit hier noch zunehmen muss und so weiter und so fort. Aber weißt du warum? In dem Augenblick, wo Self-Custody und Dexis und alles noch viel nutzerfreundlicher wird, was passiert dann? Dann kommen die ganzen Betrüger und verkaufen unserer Verwandtschaft, unseren Tanten, unseren Onkels irgendwelche Murkstokens und dann rufen die bei dir, Mirko, und bei mir an und fragen so, Philipp, was habe ich da gekauft? Geld ist weg. Das passiert ja jetzt schon. Ja, eben und deswegen ein gewisser Gated-Zugang für Leute, die nicht so tief drinstecken, denen man quasi ein paar Tokens vorkuratiert, Bitcoin, Ethereum und zehn andere, ja. Das macht aus meiner Sicht für einen großen Teil der Bevölkerung total viel Sinn. Und wem das nicht reicht, wer tiefer rein will, der kann sich in das dezentrale Ökosystem begeben und mit hunderten von Tokens und Smart Contracts rum experimentieren. Wirklich, das ist eine ganz tolle Technologie, aber man muss immer überlegen, dass nicht alle Leute so technisch versiert sind, wie man selbst. Nee, also ich bin auch bei dir, hier trennt sich definitiv die Spreu vom Weizen dann und ich war auch mal eher Team, es muss man ein bisschen leichter machen, ein bisschen besser. Wenn wir ehrlich sind, genau, wenn wir ehrlich sind, ich gucke jetzt auf Dexis drauf, wie viel leichter willst du das eigentlich noch machen? Also man kann es sehr leicht verbinden mit einer Metamask zum Beispiel. Das User-Interface ist leichter als jede Börse. Da steht einfach nur das gegen das wird getauscht. Swap. Also einfacher geht es nicht. Bin da auf jeden Fall voll bei dir. Die Hürden sind alle niedergerissen. Wer es also wirklich machen will, der kriegt das auch hin. Dafür gibt es auch genug Anleitungen und ich glaube, da reicht ein bisschen Standard aus. Und trotzdem, ich kriege es ja auch aus meiner Community mit, die meisten lagern trotzdem die Coins auf Börsen. Das ist auch okay. Da muss eben aber auch sicher und reguliert sein. Und trotzdem, ich sehe es immer so ein bisschen wie ein trojanisches Pferd. Man hat halt die Option. Ja, es fährt rein in die Stadt und was wir dann daraus machen, das wird die Zukunft zeigen. Ich denke, wichtig ist aber, dass diese Technologie erhalten bleibt, der Masse zugänglich wird, dass sie vielleicht sich auch mehr damit beschäftigen. Gut, das war eigentlich schon ein schönes Wort zum Sonntag und ein Fazit. Willst du vielleicht nochmal einen kleinen Blick in die Zukunft riskieren? Ich habe mir aufgeschrieben, wo siehst du den Kryptomarkt in fünf Jahren? Hier geht es gar nicht darum zu sagen, Bitcoin steht bei einer Million oder sowas, sondern wie siehst du jetzt wirklich die Weiterentwicklung, gerade in Bezug auf das, was gerade regulatorisch alles passiert? Sagen wir mal, in zwei, drei Jahren ist im besten Fall regulatorisch genug Sicherheit da. Haben wir dann schon wieder ein sehr viel breiteres Fundament? Wie geht die Geschichte dann weiter? Ja, sehr gute Frage. Also die, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen anschaut, was sind denn eigentlich fünf Jahre? Also wo waren wir denn vor fünf Jahren? Genau, jetzt sind wir im Sommer 2023, minus fünf, das ist quasi dann der Sommer 18. Jetzt schaue ich mal hier kurz nach. Damals zum Beispiel, ja genau, damals waren wir auch schon im Beerenmarkt, damals war der Bitcoin bei 6.000 Dollar und ist aber dann im Verlauf des Jahres dann nochmal abgesagt auf 3.500. Also das sind quasi von da bis heute waren das jetzt fünf Jahre, einfach mal so zur Einordnung. Was passiert jetzt in den nächsten fünf Jahren? Also ich glaube, wir stehen, das sind ja zwei Halvings bei Bitcoin, dementsprechend glaube ich, dass der Bitcoin bis in fünf Jahren deutlich gestiegen sein könnte. Andere Tokens auch. Ich glaube, dass wir dann bei den Stablecoins ganz große Fortschritte gemacht haben, also Dollar, Euro auf Blockchain-Basis. Warum macht das Sinn? Weil letztendlich der Dollar und der Euro in den Köpfen der Menschen verankert ist. Also die Leute rechnen eben eher in Dollar als in Bitcoin. Bei manchen mag das anders sein, die ändern vielleicht auch ihre Präferenzen, aber die Masse rechnet mental eher in Dollar und in Euro. Deswegen macht der Stablecoin auch Sinn. Ich glaube, wir werden massiv ansteigende Marktkapitalisierungen von Stablecoins haben. Dann glaube ich, dass das in dem Metaverse sich unglaublich viel tun wird. Also da werden hunderte neue Tokens, Plattformen, Ideen, virtuelle Welten und ähnliches entstehen. Also quasi Ebene 1 Netzwerke, die quasi virtuelle Welten beheimaten. Dann Ebene 2 Netzwerke, die dann eigene virtuelle Welten oder Anwendungen dort darstellen. Also da wird unglaublich viel aus der dezentralen Welt herauskommen. Ich glaube auch, dass das NFT-Thema weitestgehend verschwinden wird. Aber es wird dann wiederum neu aufgehen als Teiltechnologie des Metaverses, würde ich behaupten. Auch ein anderer Begriff wahrscheinlich. Also ich sehe es auch, verbranntes Marketing-Word. Aber ich denke, das Verständnis darüber, dass man einzigartige Assets digital darstellen kann, ist schon sehr, sehr wertvoll und wichtig. Ja, genau, richtig. Dann glaube ich, dass wir in fünf Jahren, das ist dann 2028, dabei sein werden, den digitalen Euro von der EZB so langsam in ein Live-System überführen zu können, wenn es sich nicht verspätet. Also das ist noch Jahre weg. Momentan geht ja die Diskussion los zu diesem Thema, aber es ist wirklich noch Jahre weg, bis das dann wirklich kommt. Wir werden bis zu dem Zeitpunkt eine Mika 2 gesehen haben, die dann bestimmte bis heute ausgeklammerte Bereiche mitreguliert, also DeFi zum Beispiel. Hoffentlich sehen wir bis dahin, dass die Brillanz von dem DeFi-Ökosystem auch rübergeschwappt ist in die echte Welt. Das kann man bis heute noch nicht erkennen. Dazu braucht man deutlich größere Stablecoin-Projekte und ich brauche quasi die Konnexion, also die Connection von Stablecoins mit der Industrie zum Beispiel oder mit Asset-Managern und der Finanzindustrie gibt es bis heute auch noch gar nicht. Das dürfte man dann auch erwarten. Es gibt noch eine neue Token-Klasse, die man positiv erwähnen könnte, nämlich die Carbon-Tokens, die ESG-Tokens, wo quasi ein Token zum Beispiel eine CO2-Tonne repräsentiert, die irgendwo aus der Luft gesaugt wurde. Ich glaube auch, dass Projekte aus diesem ESG-CO2-Bereich in fünf Jahren groß geworden sein werden. Und vielleicht noch am Rande davon, Mirko, in Deutschland sehen wir ja noch diesen Bereich digitale Wertpapiere. Da gibt es ja quasi heute schon die Schuldverschreibungen auf Blockchain-Basis, die Fonds auf Blockchain-Basis und demnächst die Aktie auf Blockchain-Basis. Das sind alles Dinge, die momentan in fortgeschrittenen Prototypen existieren, aber wir sehen, dass die Schlagzahl zunimmt. Also irgendwann wird quasi wie Brötchenbacken dieses Thema funktionieren und digitale Wertpapiere werden en masse erzeugt, und zwar allesamt auf Ethereum und anderen Smart-Contract-Plattformen. Das ist ziemlich beeindruckend. Das hätte man vor fünf Jahren nicht für möglich gehalten, dass man eine Aktie nach deutschem Gesetz oder ein Fonds irgendwann mal technisch gesehen auf einem Ethereum-Netzwerk abbildet. Das wird, glaube ich, alles zu sehen sein. Aber ich glaube, das beeindruckendste Projekt von all diesen dürfte der Bitcoin sein innerhalb der nächsten fünf Jahre. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich muss gerade nur ein bisschen lachen, weil ich weiß noch von meiner Beratertätigkeit. Ich war 2018. Muss ich gerade überlegen, war ich da noch Berater? Ja klar, da war ich noch Berater. Und da haben mich genau diese Themen nämlich mit Unternehmen durchgespielt und auch durchgegangen. Es gab schon Tests auf einer Ethereum-Blockchain mit irgendwelchen Wertpapieren. Jetzt überlege ich, das ist schon so lange her und es ist so viel passiert und trotzdem ist es noch nicht da. Also gut, Ding will Weile haben, sieht man da, weil hier genau dieser Punkt zum Tragen kommt. Die digitale Innovation ist schnell. Die ist super schnell. Das sehen wir ja in der Krypto-Szene. Fünf Jahre ist eine Ewigkeit. Aber bis die echte, die normale Welt, die Masse damit überhaupt mitkommt, das dauert. Und das hat beim iPhone gedauert. Das wird bei Krypto dauern. Ich bin sehr gespannt. Wir werden in den nächsten fünf Jahren bestimmt noch das eine oder andere Interview führen. Wenn ihr noch Fragen habt an Philipp, unten rein in die Kommentare. Gerne auch Ideen, Anregungen für ein weiteres Interview. War mal wieder eine Freude mit dir. Ich hatte eigentlich gedacht, nach 20 Minuten, wir wären schon durch, sind dann doch bei 33 gelandet. Ich danke dir für die Insights. Nee, alles gut. Es ist ja hier und da, also es ist ja da das Format, um auch lange zu sprechen. Deswegen alles super. Abschließende Worte von dir an die Leute draußen. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt. Einfach nochmal die Chancen und Risiken von Bitcoin, Ethereum und vor allem den großen Tokens anzuschauen. Wenn man da einen Strich drunter macht, sind aus meiner Sicht die Chancen gerade jetzt höher als die Risiken. Aber lasst uns vielleicht nochmal ganz kurz die Risiken durchgehen. Was gibt es beim Bitcoin momentan noch für ein Risiko, dass er unglaublich nach unten fällt? Tether kriegt Probleme. Ist immer ein Dauerrisiko. Also würde ich jetzt aber nicht sagen, dass das jetzt in den nächsten Monaten ganz besonders schrecklich wird. Dann, was passiert mit Binance? Ich glaube, darauf muss man achten. Wird Binance so bleiben, wie es ist? Wird Binance zerschlagen? Dass Binance untergeht, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber irgendwie müssen die quasi jetzt die nächste Metamorphose machen, damit es okay ist für die ganzen Staaten, in denen Binance aktiv ist. Also da muss man darauf achten. Was passiert mit Coinbase? Coinbase geht es momentan nicht so gut. Da sind die Umsätze weggebrochen, weil das Handelsvolumen so niedrig ist. Der Token-Crash von vor zwei Wochen steckt uns auch noch so ein bisschen in den Knochen. Also da, was passiert mit Coinbase, wenn eben die Umsätze wegbrechen? Verschwindet Coinbase? Nein, natürlich nicht. Aber vielleicht wurde auch schon spekuliert, wird Coinbase übernommen oder gibt es andere Zusammenschlüsse oder ähnliches. Das sind noch so ein, zwei, drei Risiken. Aber ansonsten so Hammer-Risiken, wie wir es heute vor einem Jahr hatten, dass quasi große Crypto-Treuries oder Token-Treuries, wie damals die Terraluna-Foundations ihre Bitcoins auf den Markt schmeißen muss oder Celsius oder FTX und deswegen der Preis steigt oder fällt. Also solche Risiken sehe ich momentan ehrlich gesagt nicht mehr. Und wenn man das quasi eben versucht abzuwägen, dann ist es eigentlich wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, mal hier und da nochmal ein, zwei, drei Euros in die Token-Welt zu investieren. No financial advice natürlich. Nein, natürlich nicht. Nee, aber das muss jeder selber wissen. Aber ich glaube schon, dass das einfach jetzt, dass es zunehmend nicht mehr so große Risiken gibt. Aber wie gesagt, ausbilden und educaten muss sich jeder selber und einfach mal für sich selber eine Liste machen, Risiken und Chancen links und rechts auf ein Blatt Papier schreiben, Strich drunter machen und sagen, okay, ist es jetzt ein guter Zeitpunkt oder ist es ein schlechter Zeitpunkt? Ja, also ein Punkt, den wir ausgeklammert haben, ist aber jetzt auch kein Thema, sind die makroökonomischen Risiken. Stimmt, sind sehr erhöhung. So, es ist immer noch da, wir haben immer noch hohe Zinsen, das wird auch nicht für immer bleiben. Das ist immer auch ein Punkt, der natürlich mit reinspielt, aber am Ende des Tages das Fundament. Und da bin ich voll bei dir. Wenn wir nur aufs Fundament gucken, überwiegen die Chancen, den Risiken, vor allem auch langfristig gesehen, denn am Ende des Tages wird auch dieser Markt, selbst wenn er nochmal eine schwierige Phase haben sollte, was ich nicht weiß, auch wieder bessere Zeiten sehen, vor allem dann, wenn halt viel mehr fundiertes Geld drin ist. Gut, also haben wir doch noch ein bisschen weiter ausgeholt. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Wenn es dir gefallen hat, Like draufhauen, kommentieren, interagieren, YouTube zeigen. Dieser Kanal und Inhalt ist relevant. Und da würde ich sagen, vielen Dank, Philipp, und macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis dann.